Hallo und herzlich willkommen zu FIFA 15 in Liga 1. Ich habe jetzt mein letztes Spiel vor mir, beziehungsweise wenn ich ein Ohnentschieden hole, das letzte Spiel vor mir in dieser Runde, denn dann habe ich den nächsten Ligatitel. Sofern ich... Wow, das war schon ein Pfostenschuss. Hammer. Sofern ich den Ohnentschieden spiele. Gewinnen werden natürlich deutlich schöner. Oh, wollen wir mal, ne? Heute geht es gegen Chelsea. Chelsea, mit Real Madrid, wie so ziemlich immer. Jetzt schon mal rund hier. Ganz oben läuft einer, den sehe ich. Okay, der ist Bell, ich gehe wieder zurück. Ganz unten kommt einer nach. Geil, 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 geil. Modric passt in zurück. Nicht gut. Knockdown. Oh, ho, ho, ho. Ah, nicht aus der Distanz. Das wird normalerweise nicht passieren. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Und so, ich tue, ich tue, ich tue, ich tue, ich tue, ich tue. Okay, 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 cross wieder. Dann kommt Modric nach, zurück, ab nach oben, kommt Dale, ja. Ja, woher, 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 woher ist. Natürlich, ich habe gefallert, ja, tut mir leid. Hab ich irgendwie nicht mitgekriegt, während ich zu Boden getrampelt wurde. Ganz unten läuft der Ronaldo. Ja, den hab ich. Schön, 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 schön. Wieso läuft denn da niemand mit? Das ist so ne Scheiße aber auch. Ach, komm einfach mal drauf. Ho, 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 total ungefährlich. Hm, es war klar, dass er passt. Jetzt kommt PP-Style. Gut. Eckball ist okay. Ja, sehr schön. Komm, da vorne läuft einer. Ja, wenn sie mal, wenn sie mal, wenn sie mal, wenn sie mal. Komm, 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 zeig, was du drauf hast. Ha, ha, ha. Alter Schwede. Kann ja nicht wahr sein. Und ich bin ja persönlich, äh, bin echt nicht so der Real-Fan. Äh, unterstützt eher so Werder Bremen und so. Also die, die in der Bundesliga ganz weit drüben stehen. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, äh, wird wieder besser, wird wieder besser. Äh, muss echt sagen, ja, das ist alles mit Ronaldo, ne. Das ist schon schick. Deswegen spiele ich sie auch. Komm, 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 komm. Nochmal. Ja, nee, nein, kein Foul. Nichts. Niemals. Niemals. Ich bin mir waschen geblieben. Ich wollte mir Geld zeigen, weil ich angetäuscht habe, dass ich faul wurde. Mann, wie kann ich nur. Na, schade, 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 schade. Na, das hat er gut gemacht. Hm, ich verlieren bisschen den Überblick gerade. Komm, 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 komm. Na, Pepe. Du bist doch so ein fetter Viech-Wurscht. Irgendwas da. Nein! Wie kann ich nur so einen Fehler machen? Kommt raus und der ist... Ja, natürlich. Die Torhüter kriegen uns halt gebacken, ey. Unfassbar. So, ein Scheiß aber auch. Wie es fällt mir. Ja, scheiße, ne? Nein, da habe ich nie hingepasst. Meine Fresse, jetzt machen sie es aber hauptsächlich, ne? Und ganz unten wieder auf Ronaldo. Das waren ein bisschen zu viele hohe Pässe, die ich jetzt gerade mache. Aha! Alles nicht gut. Ist alles nicht gut. Ne, den kriegt er natürlich nie. Wie komme ich aber auf die Idee? Kann er gar nicht kriegen in dem Moment. Okay. Okay. Ganz locker wieder aufbauen. Unten passen. Umdrehen. Unten passen. Schöner Trick. Bringt zwar nicht wirklich viel, aber... Sieht nett aus. Tja. Warum? Wieso? Warum? Nein! Nein, 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 nein! Verpiss dich doch von meinem scheiß Tor! Such dir ein anderes Tor. Such dir dein eigenes. Was willst du bei mir? Nur weil das ein Ding bei mir reinsteckt. Ja, ich weiß, es kommt fast schon. Ah, nee, leck mich doch im Arsch, ey. Ja, komm, nee, nein. Das müsste eigentlich rot geben von der Seite rein. Aber klar, doch. Natürlich. Es tut mir saumäßig leid. Ich habe mich wahrscheinlich fallen lassen, ne? Uh, hu, 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 hu. Das ist nicht gut. Komm, 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 PP. Gewinn doch endlich mal einen Kopfball, du fettes Viech! Muss Ramos wieder machen. Das ist alles. Ich spiele ganz viel mit hohen Bällen. Jetzt gibt es immerhin noch gelb. Ah. La, 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 la. Ich warte, na, 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 na. Dankeschön. Boah, ist jetzt zum Kotzen, ist jetzt zum Davonlaufen, ey. Einen Schuss und nicht mal einer aufs Tor. Ey, ich spiele, das ist ja, puh. Mittelfeld geht's. Alles andere ist, äh, ja. Er hat's ja selber gesehen. Brrrr, hu, 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 hu. Ich weiß jetzt immerhin, wie er in die Richtung geht, in die ich lieber spiele. Warum? Weiß ich einfach nicht. Aber es ist so. Ja. Komm, 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 komm. Ja, schön. Wieder nach innen ziehen. Ja, 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 ja. Wenn wir auskommen, wissen wir nicht. So schön gemacht. Doch nicht dahin, du Hackfressel. Benzema. Jaaaa, cool. Oh. Jetzt hab ich schon wieder den Titel. Alter, was macht denn da kurz wahr? Bleibt er stehen, schieße ich ihn ab. Geil. Uuuuh, das wird wahrscheinlich nachher noch Geld geben. Komm, nach oben. Und ganz oben läuft Ronaldo. Komm, 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 komm. Naja, nee. Heißchuss. Ja, 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 ja. Genau so, was will ich sehen? Genau so, genau so muss es laufen, das Bällchen. Jetzt ganz unten, Benzema. Nein, der Pass war nicht ganz perfekt. Komm, Benzema ein Stück weit zu vorne schon. Hehehe, das war jetzt cool. Wieder auf Benzema. Der wäre eh auf Ronaldo gegangen. Zumal ich ja nicht zu Benzema. Puh, jetzt wird es lustig. Jetzt wird es lustig. Sache ist die auch. Muss man ja nicht Geld geben, ne? Sag ich nur. Ja, ein bisschen antäuschen hier. Ja, nochmal antäuschen, ne? Und ganz unten steht einer. Na, der hält mich doch fest. Der hält mich doch fest. Na. Nein, der schießt sich da, ey. Der hat es drauf, echt. Komm, hier. Hör auf. Schön, 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 Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo, mach ihn. Ronaldo, mach ihn. Ronaldo, mach ihn. Ja. Geil. Und dann noch gegen die Werbetafel gesprungen. Geiler Scheiß, geiler Scheiß, richtig geil. Sieht Cottoir wieder nicht so ganz gut aus. Oh. Was passiert denn jetzt? Er wechselt. Muss ich mal hier nachschauen. Was hat er mir dabei? Ich könnte Disco vermuten, na. Na, ich lasse es jetzt erstmal so. Danke für den Ballherspiel. Kann ich brauchen. So, ich lasse es ein bisschen kommen. Na, so, wollte ich ihn nicht kommen lassen. Nein. Ei, 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 ei. Und noch ein Ei. Ganz oben wieder Ronaldo. Versuchen wir es einfach mal. Und nochmal Ronaldo. Na, da kommt er nicht ganz dran. Hätte ich sehen müssen. Da ist nicht Gott. Da ist nur Ronaldo. Also noch ein bisschen besser. Okay, er war nicht mehr abseits. Das hätte ich jetzt gedacht. Hätte ich gesagt. Pepe, komm. Rodriguez, Benzema. Da soll ich wieder nichts zum Mann spielen. Ganz oben läuft Modric. Äh, Modric sag ich immer Marcelo. Wieder Modric. Rodriguez, ich weiß nicht, wo ich ihn hinspielen soll jetzt gerade. Nicht gut. Ganz zurück, ganz zurück, ganz zurück. Ich wollte den eigentlich zurückkicken. Ja, weg mit. Kotz die Wand an ey. Ja, das war geil. Ja, das war geil. macht es gut mit Ronaldo umdecken, aber ich glaube, er macht es unabsichtlich. Oh, ein bisschen. Ein bisschen auf Zeit, ein bisschen. Das hat er natürlich sehr, sehr, sehr klar. Bis ich die zwei Drehungen mache, ist echt... Also, es ist ja Ostern. Puhuhuhuhuhuhuhuhu Rodriguez und Ronaldo. Mir gelingt es jetzt nicht so ganz vorne. Vielleicht, weil ich es so geschossen habe. Oh...oh...oh...oh...oh...oh...3-0...äh...3-1. James Rodriguez. Wäre nice. Sie sind nicht ganz begeistert, die Fans. Kann nicht verstehen. Wäre ich auch nicht. es war so jetzt nicht ganz gewollt ich wollte eigentlich mich dazwischen stellen mit B oder Kreis auf der Playsee ja geil naja unten wieder ja lass laufen, lass laufen, lass laufen du pfeifst ab ganz oben kommt Ronaldo und der macht ihn nicht warum auch, ich führ ja schon 3-1 wir wollen ja nicht zu unfair sein und so alles Absicht alles Absicht, alles Absicht auch dass er jetzt gleich ein Durchschießt habe ich schon fast das Gefühl das Gefühl verstärkt sich so ganz langsam ah, wenn sie mal, läuft gut ich muss schießen nein, nein nein, Entschuldigung ich wurde umgeweht vom Wind vom Wind vom Winde verweht natürlich es war kein Foul wie komme ich nur auf so ist geil, Cassius, richtig geil aber wie komme ich nur auf so es ist, nein, war kein Foul nahhin niemals nie und nimmer doch das ist, das muss man noch anzeigen geil Alter, jetzt wird's geil, jetzt wird's richtig geil jetzt wird's geil wehe, wehe, der verliert den Ball komm Ronaldo, Ronaldo mach ihn mach ihn nein, ach Gott 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 vorbei, ich hab den Titel, den Scheißtitel ich habe ihn es sieht sich so gut ab Runde 3 den Titel aber egal durch die Schichtspieler haben der Alliore Heiler Schwingli hat die CD okay bei Heike Habermann hier ist ich will übrigens in die Richtung in die nicht die Real-Fans sind, sondern die andere. Da, wo der Gegner sitzt, das jenische Fan. Geil, ja. Sehr geil. Aber ich habe den Titel, ja. Mit 8 Siegen, einem Mundschienen und einer Niederlage habe ich es geschafft. Da ist erfreut. Ja, geil. Ja, supergeil, du. Ich sage dir. Das feiere ich. Und das ganze Konfetti, ja. Wenn man sich das mal anschaut, wo das eigentlich rauskommt, das hat was, ja. Also aus dem Boden. Aber hey, Cassius freut sich. Er freut sich. Ich freue mich auch für ihn. Nice geil. Ist schon geil. Ist schon geil. Hallö, hallö. Ich habe den Titel. Na, 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 na. Titelmeister. Ja, ich bin der Titelmeister. Ja, da sieht man, ne? Liga-Titel gewonnen. Geil. Richtig geil. Wir sehen uns dann, hoffentlich in der nächsten Folge.